Oh Gott, jetzt hab ich... Das wird Konsequenzen haben! Ich hab alles schon vermasselt, bevor wir überhaupt angefangen haben. Was meinen Sie von mir? Ist es wegen des Rauchverbots? Hä? Ja, meinen Sie, das Image des Warmen Würstchen würde besser, wenn Sie den Bürgermeister fässern und ihm einen Eimer über den Kopf stülpen? Der Bürgermeister? Sie sind der Bürgermeister? Gott sei Dank. Ich hab den Bürgermeister in meine Gewalt gebracht, was mach ich denn jetzt? Nehmen Sie mir erst von den Eimer vom Kopf. Von den Eimer Eimer Von den Eimer